Klassenerhalt dürfte für Sie schon ziemlich sicher sein, oder Buschi? Ja, also bisher haben Sie ordentlich gepunktet. Wenn Sie so weitermachen, dann klappt das. Super dazwischen gegangen. Jetzt wird es gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Und das ist der Ballverlust. Ballverlust. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Guter Pass. Da müssen Sie aufpassen. Jetzt der Schuss. Oh, gehalten. Unglaublich. Was für eine Parade. Das wird ein Eckball geben. Ecke kommt's. Und das gibt Abstoss. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Das könnte gefährlich werden. Der Ball spielt er raus. Nee, aus der Chance wird doch nix. Jetzt ist der Gegner am Ball. Wird das eine Torchance. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Er schießt von dem Ball. Erwischt er gar nicht gut. Und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ecke kommt rein. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Weg ist der Ball. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Da kommt der Pass. Vorteil ist angezeigt. Cool vom Unparteiischen. Ball kommt rein. Klasse Pass. Da kommt er nicht richtig hinter den Ball. Und dann ist er leicht abzulegen. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Da zieht er ab. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. Gar kein Zweifel. Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Der Elfer ist drin. Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Er passt ihn auf den Flügel. Ja, da können Sie nicht entscheiden. Und jetzt ein Schuss. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sind Sie gerade noch zur Stelle. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Er gibt abseits. Und Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, das ist durchaus frustrierend für die APR, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt. Wenn er das Kurzballspiel so meisterlich beherrscht. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. Das ist jetzt eine Chance. Aguero. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt. Ein absoluter Edeltechniker. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Feguli. Gute Aktion. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja. Sie haben den Ball. Klasse. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt vielleicht. Und jetzt gibt es hier Eckball. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Kurz Ecke. Ball kommt rein. Aguero. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt guter Zwischen. Guter Pass. Und jetzt die Chance. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da hat er nicht mit dem Vollspann durchgezogen, sondern er versucht es lieber mit dem Innenriss. Und wir sehen, das war genau die richtige Entscheidung. Da war nichts zu machen für den Torhüter. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Das könnte die Chance werden. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball. Clever gemacht. Gute Aktion. Sie machen Druck. Jetzt ein weiterer Einwurf. Dann wird es brenzlig. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Feguli. Schönes Zuspiel. Schmitz. Schmitz. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Die erste Hälfte. Sie können... Für die ganze Zeit im 걱정, die Ballverlust Circle. Verbezügel. Nach Animation. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Weg ist der Ball. Da steht die Abwehr sicher. Den klärt er. Ganz stark. Fängt diesen Ball ab. Er geht abseits. Gibt jetzt die Gelegenheit. Er versucht es. Tolle Parade. Und so geht der Ball knapp über die Latte. Das gibt einen Eckball. Die kurze Variante. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Defensive steht. Das könnte der Gelegenheit werden. Schön dazwischen gegangen. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Klasse Aktion. Ball ist weg. Wird das eine Torchance? Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Da holt er den Ball zurück. Ballverlust. Rodriguez. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Jetzt wird's gefährlich. Da passt er auf. Aguero. Hereingabe geht's. Super gemacht vom Torwart. Da können sie erstmal klären. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Gut aufgepasst. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Es gibt ein Wurf. Aguero. Jetzt wird's gefährlich. Das war einfach. Und er hat den Ball. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und das ist der Ballverlust. mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Und per Kopf weitergespielt. Und per Kopf weitergespielt. Die Fans geben nicht auf. Sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die... Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Super Pass. Das könnte es sein. Super abgewehrt hier. Und jetzt sind noch acht Minuten zu spielen. Und da verlieren sie den Ball. Ganz eke Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch fünf Minuten auf der Uhr. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Das könnte die Chance werden. Auch hier, richtig gesehen vom Mundparteiischen. Das war ein Foul. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Geld. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. Agüero. Die 4th official hat gesagt, dass es ein Minimum von 3 Minuten wird. Klassenerhalt dürfte für Sie schon ziemlich sicher sein, oder Buschi? Ja, also bisher haben sie ordentlich gepunktet. Wenn sie so weitermachen, dann klappt das. Super dazwischen gegangen. Jetzt wird's gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Und das ist der Ballverlust. 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 Klassenerhalt dürfte für Sie schon ziemlich sicher sein, oder Buschi? Ja, also bisher haben sie ordentlich gepunktet. Wenn sie so weitermachen, dann klappt das. Super dazwischen gegangen. Jetzt wird's gefährlich. Sehr gut aufgepasst. Und das ist der Ballverlust. Ballverlust. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Guter Pass. Da müssen Sie aufpassen. Jetzt der Schuss. Oh, gehalten. Unglaublich. Was für eine Parade. Das wird ein Eckball geben.